Oiii Keine Sorge ich weiß was ich tue Ich hatte heute morgen hier 15.000 Schaden gemacht Uh wenn ich mit Junkwad eingespielt bin wird das ganz schön brutal Ja aber nicht für uns sondern für die Gegner Ja Ich komme sogar mit dem Tempel des Anubis ist meine absolute Mieting Schnapp Jo Mir tut gerade unser arme Schindar so leid Reinhardt, Winston Diva Diva Lauter Tags Wie wäre es lieber wenn jetzt noch eine Saria dabei ist, dass ich meine Ultima mit ihr kombinieren kann Wow Das ist nicht unbedingt nötig Ich kann dir richtig gut Was ich dir mal als Tipp geben kann so bloody Wenn du deine Ult reinhauen willst Wenn wir noch im zweiten Punkt sind Dann nicht frontal Oder so seitlich reinhauen Diagonal reinhauen Weil du kannst ja links Kannst du ja lang gehen beim zweiten Punkt Dann kannst du ja noch mal links in den Tunnel rein Aber da gehst du nicht rein Sondern da ist ja noch diese Mauer mit der Ecke wo sich ein Bastion Gamer hinstellt Und über diese Mauer haust du deine Ulti rüber Ich hatte ein dreifach Kill Hätte der Reinhardt sein Schild nicht gehabt Der ist ein Vierfach gewesen Doch mir damit rechnen Die rechnen nicht damit dass von da die Ulti kommt Das macht nie einer Und das ist das geilste daran ever Hier ist die Wehrmacht Hier ist die Wehrmacht Hier ist die Wehrmacht Wir müssen ihre Sachen kompensieren Junglinge einziehen Der war und Der war zu schwul Der war zu kacke Zu schlecht für den Krieg Das ist jetzt schon klar Fuck Gern geschehen Okay hier ist Genji Wow Wir haben das Bastion Er hat mich Komm nix machen Wir brauchen doch von der Heilung Ich Komme zurück Also ich Warte kommst zurück Ich Ich brauche halt mal wieder ein Leben Malte Wir müssen uns mal reformieren Der Bastion nervt ich weiß wo der ist er muss nur kurzzeitig abkriegen wenn er sich ein paar granaten auf ich weiß wo er steht ok ich muss kurz zurück ich muss kurz zurück ich kann ihn holen ja ich hab meine ulti ich hab meine ulti vielleicht gerade hier sind kein hinterherjagen gut ich habe wenigstens den jatter geholt und haben wir schon mal ein problem weniger ganz schön und bestens schon weg ganz schön und gut auch fang ich wollte noch um ich hab's verkackt damit scheiße ich war ich war doch nicht also ich gehe schon mal ein kleines stück vorne den weg mal geklärt bekommen ich habe gleich meine ulti ich habe meine und ich auch die gegner von eben alter das ist nicht das ist doch nicht normal also das ist wirklich nicht mehr normal der genji hat nicht mit jedem sinne drei schuldens getroffen hat als ob er es genau gebucht hat und lang gehen würde und korn er habe mal mal die post der heilung alles klare schreckt wir schlangen mit die war die von deutsch und die sagte schiffen du deine ultime drehen ich habe eine idee ich habe eine idee ich brauche heilung dafür gerade hier sein wo bist du da wo die brücke ist das ding ist pass auf du brauchst du nicht rein ich werde versuchen die eine ecke irgendwie zu drängen ich versuche ein bisschen abzulenken hier einzubadern hau mal rein ich glaube das sollte gut gehen teilweise ja gut ich meine ist ja auch nicht schlecht wenn man normalerweise als junkwitz und rip tire macht ja dann wird auch wenn man den wird herstellt und janker getötet wird steuert man wird her weiter wieso ist es dann so gewesen als ich immer gefiltern bin dass man rückteier einfach weg war das habe ich gerade nicht verstanden ich habe echt nicht verstanden weil er weg ja manchmal passiert das das ist bescheuert wir wissen nicht mehr was der großartig gemacht haben soll interessiert auch nicht okay ich öffne noch meine lootbox und dann bin ich ja was habe ich legendarie den ferra skin schön ich habe den hanser schild ich habe ich weiß nicht wieso eigentlich könnte ich fast meinen es gibt keine einzigen spreeß mehr ab ich bekomme spreeß das ist ab nun mal das gefilte hier ich bin jetzt definitiv auch gleich leer ebenso ich sag so ungefähr zwei zweieinhalb matches sagt man eine kiste für für jeden Mann ich mach es nicht ich habe ein 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 Vielen Dank.